Wie vor Pipsch sehe ich überhaupt aus? Ich kann mich nicht sehen, zum Glück. Wer weiß, vielleicht würde ich ja erschrecken, wenn ich in meinen Antlitz gucken täte und dann so tun würde, als ob die Reflexion ich wäre. Und dann hätte ich den Salat. Dann habe ich ein Dressing dazu, einen guten Dress, ein rotes T-Shirt, das kann ich sehen. Aber nun genug Geld, Robert. Das ist der Gänsefuss, der schmeckt so gut. Zitrone, drei bis fünf Datteln, bisschen Wasser und vielleicht Obst. Super klein gemixt zum Getränk. Das ist der Gänsefuss, der schmeckt so gut. Das ist der Gänsefuss, der schmeckt so gut. Das ist der Gänsefuss, der schmeckt so gut. Joooa-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. So, nun. Jetzt können wir mal die Aussicht verändern. Einen kleinen Moment, vielleicht wackelt das Bild. Ich mach das ganz vorsichtig. Ein Fahrrad vom Müll. Wo ist die Aussicht? Die Kamera ist nicht so gut. Eine schlechte Kamera-Führung. Die Führung sinnorientiert, rein in die Sinnlosigkeit, was gleichzeitig die Freiheit ist. Es gibt es von neben nicht, von neben nicht, voll daneben nicht. Die Kamera ist nicht so gut. 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 Wir hören. Die Kamera ist nicht so gut. Die Kamera ist nicht so gut. Die Kamera ist nicht so gut.